Probiert mal die besten Döner in eurer Stadt. Dieser Dönerladen ist nur 5 Minuten entfernt und dort soll es richtig gut schmecken. Okay Leute, diesmal werde ich Noemi so richtig pranken. Ich werde nämlich richtig viel Schaf in ihren Döner reinmachen. Hi, zwei Döner bitte. Jawohl. Ui, irgendwie ist der Schaf. Ey, wie viel Schaf ist da bitte drin? Ich wollte doch ohne Schaf. Oh, mein ganzer Mund brennt. Hä, kann gar nicht sein. Ich habe gesagt nur Salat und Soße. Leute, die Arme. Sollen wir sagen, dass wir sie geprankt haben?